Hey, hast du dich auch schon mal gefragt, was denn eigentlich diese Royal Icing Mischung ist? Es ist eine Pulvermischung, in der Puderzucker mit frischem Eiweiß schon verrührt ist. Das Ganze pulverisiert, sodass du eigentlich nur noch laut Packungsanleitung 60ml Wasser auf 500g verrührst. Das Ganze ungefähr 7-10 Minuten gleichmäßig miteinander verrühren und du kriegst eine tolle Icing Variation, wie es auch hier auf dem Serviervorschlag abgebildet ist. Du wirst jetzt ganz gut an meinem Beispiel sehen, wie groß die Packung ist und welche Menge du rausbekommst. Das heißt, wenn du weniger Kekse verwendest oder vielleicht heute ein bisschen weniger und am Wochenende dann wieder den Rest verarbeiten willst, wiegst du dir ganz genau ab und dann kannst du es immer wieder verwenden, hat auch eine lange Haltbarkeit. Wichtig, luftdicht, verschließen, wie du es kennst von Kakaopulver oder Mehl zu Hause. Und jetzt zeige ich es dir mal. Wie wir es auch vom Mehl kennen und vom Kuchenteig, ist es immer wichtig, solche Pulversachen zu sieben. Es können immer mal kleine Klümpchen drin sein und es würde uns dann die Lochschule vorne verstopfen. Auch wenn es schön pulvrig aussieht, immer sicher gehen. So, jetzt haben wir die ganzen 500 Gramm reingesiebt und laut Packungsanleitung geben wir jetzt 60 Milliliter kaltes Wasser dazu. So, jetzt haben wir die perfekte steifzipfelige Konsistenz. Schaut ein bisschen aus wie Zahnpasta, glänzt ganz gut, aber es verläuft nicht so schlimm wie das flüssige. Spritzbeutel, die tönen, verschiedene Gelfarben, das findet ihr alles bei uns im Online-Shop, auch nochmal mit den entsprechenden Videoanleitungen. Und wenn ihr aus München seid, dann könnt ihr auch mal unsere Backkurse besuchen. Da zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie die Herstellung funktioniert und auch die tollen Designs dazu. Ich freue mich auf euch. Tschüss!